hallo ist der martin von mannemanke ist das die dax analyse für nun mittwoch den 17.04.2024 und wir suchen die bewegung die volatilität wo ist hin unser dax war zum dienstag ja regelrecht langweilig die ganzen letzten tage waren wir ein bisschen verwöhnt schön schwungvollen dynamischen bewegungen eine richtung hielten dann kamen die amerikaner haben es wieder zurück geprügelt das haben jetzt die ganzen letzten tage immer wieder gesehen gehabt zum dienstag tatsächlich auch also es ist mit vor us vorbörsen eröffnung dann die erholung auch wieder direkt ins ersticken gekommen und unser dax wurde tiefer gelegt unser dax wurde vor allen dingen auch mit tagesschluss unter die 800 getragen und hat sich ich glaube den ganzen tag jetzt hier mit der 800 beschäftigt ja wir haben ausgiebig betont gestern wie wichtig der bereich jetzt hier ist um jetzt hier noch ist sich im korrektiven muster zu halten und b um vielleicht auch eine beschleunigung nach unten reinzukriegen auf tagesebene wegen dem unteren band hier haben wir gesagt wenn sich das nach unten öffnet und der markt hier unten raus fällt dann hätte auch wirklich platz ein paar meter mehr zu machen also gerade hier so dass es gäbe das ist ja besonders reizen dass das schreit hier schon förmlich nach kontakt das liegt im bereich um 17 1 60 die letzten hochs hier dann um die 17.000 also das wird dann eine schöne anlaufzone wenn er sich hier unten jetzt rausgehalten kriegt aber so richtig gefällt mir nicht dass der von 800 nicht weg kommt halt na also 800 war eigentlich so die signalkante unter der ein bisschen stress reinkommen sollte und das ganze vor allen dingen die also die die idee die wir hatten war ja dass er darunter sich aus seinem korrektiven muster sich löst und deswegen vielleicht in eine dynamischere trendbewegung übergeht weil er ja eben dann dieses muster verlässt aber ganz ehrlich also das war ja noch korrektiver wie das was wir die ganzen letzten tage schon hatten er war schwach er ist nicht weit hoch gekommen und hat tiefer geschlossen das lässt ihm auf jeden fall spielraum und noch weiter zu fallen aber also wenn er noch so ein tag macht dann drücken sind doch nach oben wieder zurück kalt na also das ist zu wenig das ist vor allem zu korrektiv dieses hin und her das ist eigentlich sehr untypisch in einer abwärtsbewegung weil der markt runter zu schon immer mehr kraft und gewalt entfalten kann wie hoch zu haben wir dann so korrektiv noch zur seite schiebt ich würde es aber erst mal nur als nur im hinterkopf behalten ja so wie die ganze zeit wo man auch immer gesagt haben wenn der abwärtstrende mal bricht dann wieder ein bisschen in fokus auch mit der lang also mit longs generell wenn der abwärtstrend dann hier gebrochen ist solange der abwärtstrenden spricht darf man auch nach unten auf die ziele noch hinschorten 27 haben wir erreicht das war die nächste station nach runter wäre jetzt noch wichtig die 6 50 bis 6 20 dabei aber besonders wichtig die 6 20 eigentlich also hier die letzten tiefs das wird noch interessanter könnte er theoretisch eine erweiterte bodenbildung probieren ja stopps rausnehmen die hier liegen und wäre auch schon von der projektion her schönes ziel also sehr interessanter bereich da unten auf jeden fall 6 50 bis 6 20 um da noch mal was abzureagieren ansonsten sehen was hier unten in den marken 5 60 4 80 4 10 sind an die nächsten dabei 4 10 deutlich wichtiger vom niveau her wie die 6 30 ja oder wie die 6 20 und die anderen das dann ebenso durchlaufposten ja die können intraday schöne reaktionen erwirken für ein paar minuten gegenbewegung für vielleicht auch ein paar stunden gegenbewegung erzielen sind mir jetzt aber stand hier tatsächlich nicht ganz so wichtig wichtig ist mir die 6 20 und dann unten wieder die 4 10 wenn sie ihn weiter nach unten spült ich wäre aber hier durchaus vorsichtig einfach weil das so korrektiv ist weil er so lange braucht mit der 800 sich auseinanderzusetzen auch wenn sie im tag ist hat gar nicht so so mehrdeutig aussieht im tag sieht schon relativ eindeutig nach unten aus dennoch wäre ich vorsichtig einfach durch dieses korrektive durch diese flacken ähnliche bewegungsverhalten jetzt unten am am beschleunigungspunkt so ohne nummer hinzusetzen ich würde jetzt nicht hier jetzt aus grundsatz lang gehen und sagen der muss jetzt hier hoch aber wenn der wieder über 8 30 8 60 steigt ich glaube dann würde ich auch wenn ich schwarz drin hätte die erst das wäre mir zu vom risiko zu hoch dass der sich wieder an die kante hier zurückhangelt wir liegen jetzt auch vor schönen tiefpunkt der also zu 87 17.980 entschuldigung nicht die macht sondern 89 17.980 das wäre dann schön anlaufzone wenn ihr 8 30 8 60 rausgenommen wird das heißt vorher würde ich mir ein bisschen angucken ich weiß nicht ob ich bock auf den short hätte also wenn er unten raus treibt ja wenn er hier so im seitwärts bleibt wird es mir glaube ich klemmen und kann ich euch noch irgendwas mitgeben ne ich denke ich richtig sagen wir gesagt 6 20 das so die finde ich schon geil bestimmt schöner reaktionspunkt hier zehn haben wir besprochen zwischenziele haben wir benannt tageschart haben wir das mit dem band angeguckt das ist auch wichtig insbesondere auch sollte vom unteren banden aufdrehen kommen läuft er ganz gerne wieder erst mal bis zum mittleren band und bis zum oberen das sind stand hier ein paar meter also 18 150 wäre anlaufstelle auf tagesebene wenn hier jetzt zum mittwoch noch grüne tageskratze reinkommt ja das darf auch schon mal vor gesagt werden aber die muss auch erst kommen ja also die muss eben auch erst kommen wenn da keine kommt ist hier nach unten raus erstmal raum offen um dem weiter zu folgen ja das heißt kriegen wir schön den druck rein und er macht auch mal ein paar schöne rückläufe trete wieder nach unten ab darf man da immer mal wieder ein paar punkte short mitgehen ja das soweit zum dax für die dax analyse deswegen heißt es ja dax analyse fand ich interessant den kommentar gestern ich sollte doch in der dax analyse auch selber besprechen das ist die dax analyse silber mache ich in einer silber analyse aber das ist die dax analyse deswegen hier den lachs ich mache zu wünsche ich was gutes kriegen bis morgen wieder tschüss